So Leute, ich bin jetzt wieder Euroneko. Wir filmen für euch ein bisschen die Traktoren gerade. Ja, vorher habe ich es nicht gefilmt, aber jetzt filmen ich für euch Traktoren. Auf jeden Fall... Die machen was. Ja. Die machen irgendwas, was im Ästen fällt. Die haben so ein Gerät, also hinten so ein Teil da. Ja, das fällt. Die tun ich halt Boden bearbeiten, damit du das hast und dann später was einpflanzen können. Aber schau mal wie viele Traktoren, ja? Das sind dann vier Traktoren insgesamt. Ja. Vier oder fünf sogar, ja? Ja. Das ist einer hinter dem anderen versteckt, ja? Ja. Und da machen die irgendwas dann mit der Erde. Ja. Die sind dann halt aufnahmefähig. Ja. Schön. Und nochmal, schau mal. Das ist der Orangene. Ja. Du hast dich jetzt raus... rausgesteckt, ja? Ja. Da war so ein bisschen hinter dem Grün versteckt. Siehst du? Ah, sind fünf Traktoren doch. Ja, genau. Schau mal. Es sind vier Grün, einer in Orange. Genau. Ja, okay. Wir machen das Feld wieder. Ja. Aufnahmefähig für die weiteren Maßnahmen. Ja. Das ist ähnlich wie beim Landwirtschaftsmalator. Das ist ähnlich, ja. Richtig, richtig. Und das ist hier alles dann halt echt. Ja. Und schön. Ja. 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 Da fährt auch langsam. Ist auch gut, weil... Nicht so schnell einen Harstig Zug fahren. Ja. Ist auch besser so. Leute, das war's mit dem Video von Traktoren, dann like da nicht vergessen, Abo, dann tschüss.